Der Humor steckt in einer tiefen Krise. Die meisten Komödien sind dumm, primitiv und vulgär und Schuld daran sind meistens die Dialoge. Drehbuchautoren scheinen in einen Wettkampf eingetreten zu sein. Wer kann noch tiefer unter die Gürtellinie, wer kann noch tiefer ins Klo greifen? Alles aus dem Bereich des Sexuellen wird mit vulgärsten Worten beschrieben und verhandelt. Oft ist unklar, wird hier einfach ein Pornodialog wiedergegeben. Das Dezente und Latente, das Subtile und Sublime, das Angedeutete und Anrüchige sucht man in aktuellen Komödien vergebens. Ob in den Hangover-Filmen, ob in Stuba, in Filmen von Jutta Pettoff oder jetzt eine neue Steigerung in Good Boys, wo jetzt Kinder das auch noch alles sagen und machen sollen. Aber nicht nur in Komödien, sondern auch witzig gemeinte Dialoge in Thrillern oder Actionfilmen, die kennen nur noch das Vulgäre, die Porno- und Fäkalwitze. Jetzt wird man einwenden, das sind doch eher spießige Vorwürfe. Warum denn so verklemmt, darf denn Humor keine Grenzen überschreiten? Doch das darf er und genau deshalb sollten wir den vulgär Humor kritisieren. Denn hier wird in Wahrheit gar keine Grenze überschritten. Dieser Humor ist weder mutig noch intelligent noch witzig. Wir müssen einen Schritt zurückgehen in das Jahr 1969. Damals ereignete sich das legendäre Busenattentat auf den Philosophen Theodor W. Adorno. Drei Studentinnen stürmten seine Vorlesung und entblößten sich vor ihm. Das Ganze hat einen Skandal ausgelöst. Adorno gab dann dem Spiegel ein Interview und sagte etwas sehr Interessantes. Gerade bei mir, der sich stets gegen jede Art erotischer Repression und gegen Sexualtabus gewandt hat. Mich zu verhöhnen und drei als Hippies zurechtgemachte Mädchen auf mich loszuhetzen. Ich fand das widerlich. Der Heiterkeitseffekt, den man damit erzielt, war ja doch im Grunde die Reaktion des Spießbürgers, der hihi kichert, wenn er ein Mädchen mit nackten Brüsten sieht. Zitat Ende. Adorno natürlich immer sehr zugeknöpft war, aber sonst, was sein Geist, was sein Schaffen, sein Werk anbelangt, überhaupt nicht zugeknöpft. Und wir können fragen, ob nicht solche Aktionen, und Adorno tut das ja hier, nicht viel spießiger sind, als im Anzug über unspießige Dinge zu sprechen. Ist der Vulgärhumor nicht letztlich wie die drei barbusigen Damen, die da auf Adorno losgerannt sind? Auch dieser Vulgärhumor kichert, hihi, da hat jemand Schwanz oder Muschi gesagt. Die Drehbuchautoren erinnern an Kinder, die zum ersten Mal irgendwelche Schimpfwörter hören und diese bösen Wörter dann immer und immer wiederholen müssen. Bei Kindern ist das kindlich, bei erwachsenen Drehbuchautoren kindisch. Und wen will man damit schon provozieren, wo doch das Sexuelle heute omnipräsent ist? Zugegeben, Komödien haben immer mit dem Körperlichen gearbeitet und sich am Körperlichen abgearbeitet. Sie ziehen ihren Humor oft daraus, dass wir unseren Körper nie ganz kontrollieren können. Wir stolpern, wir verschlucken uns. Eine Erektion ist auch nicht ganz steuerbar. Oder wir sagen aus Versehen Dinge, die wir auf keinen Fall sagen wollten. Die berühmten freudschen Versprecher. Hier kommen zwei Dinge zusammen. Unser Ich selbst ist ein Gespaltenes. Und wir müssen den Körper als das eine sehen und den Geist als das andere. Und unsere Psyche ist selbst auch keine Einheit, sondern widerstreitende Prinzipien kämpfen gegeneinander. Man kann das sehr schön bei Louis de Finesse nachvollziehen, wenn er sagt, nein, ja, doch, oh. Zugleich sind wir eine öffentliche und eine private Person. Das hat nichts mit Authentizität zu tun oder mit irgendeinem Spiel, sondern wir spielen immer Theater, sagt Irving Goffman. Wir nehmen immer Rollen an. Mal die private, mal die öffentliche. Was, wenn öffentliche und private Rolle sich aber vermischen? Ein Angestellter und ein Chef treffen sich in einer intimen Situation, zum Beispiel einem Bordell. Das produziert Pointen. Das Problem heute ist aber, dass sowohl die Trennung von Körper und Geist hinfällig wird, beziehungsweise es eine ganz starke Fixierung nur auf das Körperliche gibt. Und wir eine Trennung zwischen der öffentlichen und der privaten Person auch immer seltener vorfinden. Heute wird überall der öffentliche Raum zu einem Privaten erklärt. Zum Wohnzimmer, zum Schlafzimmer. Man hört es an den überlauten Telefonaten, die Menschen auf der Straße führen. Man sieht es an der Kleidung, man sieht es am indiskreten Sprechen und indiskreten Verhalten. Für Komönien ist genau das ein Problem. Wo permanente Grenzüberschreitung herrscht, beziehungsweise Grenzen verschwimmen, da verschwindet auch das Spiel mit solchen Grenzen. Damit verschwindet der Humor. Kurzum, wo alle nackt sind, da gibt es auch keine Erotik mehr. Wir leben im Zeitalter der Indiskretion. Aber Humor braucht Diskretion. Wir lachen darüber, dass Figuren immer wieder versuchen, ihre Fassung zu wahren und es nicht gelingt. Sie versuchen, peinliche Momente zu vertuschen und die Peinlichkeit wird dann oft noch viel größer. Das Körperliche soll wieder unter Kontrolle gelangen. Die großen Slapstick-Meister wie Charlie Chaplin, Louis de Finesse, Buster Keaton, Laurent Hardy, Jerry Lewis und Jim Carrey tragen interessanterweise meist Anzüge. Sie wollen die Form wahren, aber das misslingt ihnen immer wieder. Und genau das ist komisch. Die Vulgärhumorkomödien sind aber völlig formlos. Jeder redet mit jedem so, als müsse er Anweisungen an einem Pornoset geben oder seinen Stuhlgang durch den Mund ausführen. Alle Figuren sind völlig schamlos. Doch erst die Scham ermöglicht wahrhaft komödiantische Situationen. Mit der Scham hat sich auch der Theaterwissenschaftler Hans Thies Lehmann beschäftigt. Er hat einen Aufsatz geschrieben, das Welttheater der Scham. Und darin heißt es, treffe zu, dass eine Verschiebung der Affektökonomie auf Kosten des Scham-Effekts im Gange ist, so stünde nicht weniger auf dem Spiel als ein riskanter Einschnitt in der Geschichte des Spiels und der Verausgabung. Denn Scham artikuliert das ganze Spiel von Verhüllung und Entbehrung, Entbergung, Verkleiden und Zeigen, Verrätselung und Offenbarung. Alles Enthüllen, Demonstrieren, Mitteilen ist an den Prozess nicht so sehr der Zivilisation, sondern der Darstellung gebunden. Und die ist nicht ohne Verbergung, Aufschub und Entzug denkbar. Nicht ohne Maske, nicht ohne Scham. Denn Scham ist der affektive Kern aller Ästhetisierung. Und nicht zuletzt deshalb sind die Dialoge alle so furchtbar langweilig. So sehr sie sich auch bemühen, so schnell sie auch abgefeuert werden. Es fehlt ihnen die Ästhetisierung, es fehlt ihnen eben die Maskenhaftigkeit. Wo alles ausgesprochen wird, ist für Zwischentöne und Anzüglichkeiten kein Platz mehr. Die Vulgär-Dialoge sind mit den Fäkal- und Pornokaskaden nur Pseudo-Virtuos. In Wahrheit jonglieren sie überhaupt nicht mit Sprache. Alles Spielerische wird hier für billige Affekte und Effekte erschlagen. Aber warum gibt es diese ungeheure Obsession für das Pornografische und Fäkale? Es liegt an dem schon angesprochenen Zusammenbruch dieser Trennung von Öffentlichem und Privaten, dass es diese Trennung nicht mehr gibt. Deshalb wird ja auch jede Bahnfahrt zur Tortur. Gesellschaft funktioniert nur durch Distanz, indem wir uns dem anderen nicht so sehr zumuten, indem wir eine öffentliche Rolle annehmen. Nur so können wir den anderen ertragen, nur so kann er uns ertragen. Das ist der eine Punkt. Das andere aber ist diese unglaubliche Fixierung auf das Körperliche. Alles konzentriert sich auf den Körper, vernachlässigt wird das Geistige. Wir können das bei Instagram, das ist ein sehr schönes Abbild der Gesellschaft, beobachten. Da sehen wir Bilder vom Essen und vom Sport machen, dann wieder vom Kochen und vom Essen und vom Sport machen. Es fehlt eigentlich nur noch das Ausscheiden. Konsequent wäre es, wenn die Influencer auch noch in die Kloschüssel fotografieren würden. Der Körper wird geheimnislos und wir können drei Trends ausmachen derzeit. Manche wollen ja zum Beispiel die Geschlechtsteile entmystifizieren. Man sagt, dieser Mythos, der damit verbunden ist, der würde die Sexualität nicht richtig befreien. Wir müssen jetzt also diese Organe entmystifizieren. Nun, dann bleiben eigentlich nur noch Ausscheidungsorgane übrig und dann ist Erotik und am Ende auch Sexualität fast unmöglich. Das andere ist der Porno. Hier haben wir eine Fixierung auf die Genitalien. Hier wird auch nichts verborgen. Hier wird mit Minikameras sogar noch in jede Körperöffnung reingefilmt. Und dann gibt es drittens den Krimi-Wahn. Die Obduktion der Leichen, die immer ostentativer zur Schau gestellt wird. Wo das Geistige fehlt, ergötzt man sich daran, wie in Eingeweiden gewühlt wird. Und das kulminiert dann auch daran, dass man ein Buch wie Darm mit Charme zum Bestseller macht. Im vulgär Humor kommen diese drei Trends zusammen. Manieren dürfen in Komödien dann nicht mehr stattfinden. Diese haben aber einst gute Komödien wie die von Ernst Lubitsch oder Billy Wilder ausgemacht. Und nochmal, das hat mit Spießertum nichts zu tun. Gerade diejenigen, die Manieren an den Tag legen, tun dies in dem Bewusstsein, dass der Mensch Abgründe hat, dass er manchmal sehr, sehr widerwärtig ist. Wer über das Sexuelle diskret und anspielungsreich spricht, ist nicht verklemmt. Er ist sich der ungeheuren Macht des Sexuellen nur sehr bewusst und möchte deshalb das Ganze nicht auf einen dumpfen Pornosprech reduzieren. Das explizite, vulgäre Sprechen ist nämlich selbstverschleierend. Verschleiert wird, dass es immer auch etwas Unaussprechliches gibt zwischen den Menschen sowieso. Der vulgäre Humor verkauft uns die Botschaft nieder mit den Tabus. Aber genau da sollten wir immer fragen, wirklich, ist das so ganz tabulos? Und haben wir nicht heute eine Situation, wo es tatsächlich leichter ist, etwas Explizites auszusprechen, einen Schwanzpick via WhatsApp zu verschicken, als ich liebe dich zu sagen. Erst das verklausulierte Sprechen ermöglicht auch große Pointen. Das beste Beispiel ist der englische Film Pressed Off mit Pauken und Trompeten. Tara Fitzgerald und Ewan McGregor stehen da vor der Haustür. Sie fragt ihn, kommst du noch mit auf einen Kaffee rauf? Seine Antwort, ich trinke keinen Kaffee. Und sie sagt, ich habe auch gar keinen da. Wir können uns ausmalen, wie dieser Dialog im vulgär Zeitalter heute ausfallen würde. Durch das Unausgesprochene erkennen wir das Eigentliche. Durch den vulgär Humor jedoch schauen wir nur, aber sehen nicht. Untertitelung des ZDF, 2020